Was eine Fahrzeugkamera hier in Arizona aufgezeichnet hat, ist so unglaublich, dass es sich nur um eine Fälschung handeln kann. Tatsächlich gibt es zu diesem Video nicht wirklich viele Hintergrundinformationen. Mitten am helllichten Tag, kommt ein riesiges Raumfahrzeug am Himmel zum Vorschein. Der Fahrer des Fahrzeuges kann das Schauspiel im Himmel selbst kaum glauben, und geht zunächst von einem militärischen Flugkörper aus. Tatsächlich schweigen jedoch die Luftfahrtbehörde und der Geheimdienst zu dieser Sichtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017